Wow, ihr fährte Nerds! Und herzlich willkommen zum vierten Tag meiner One Week With Me Reihe. Es ist jetzt gerade sieben Uhr, kurz vor sieben. Ja, ich bin schon wach. Was irgendwie daran liegt, dass ich nicht so gut geschlafen habe. Aber okay, ist halt so. Ja, und wie ich euch ja in dem letzten Video, also gestern, schon erzählt habe, hat meine Kleine sich ein bisschen verletzt und die Nacht war auch etwas unruhiger dadurch. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nutze jetzt mal die Zeit, wo ich eh nicht mehr schlafen kann und mache noch ein bisschen Sport und schaue dann mal, wie es ihr so geht. Und wechsle dann mal ganz vorsichtig. Ja, zu dem Sport bin ich jetzt irgendwie auch wieder eine Weile nicht gekommen. Ich habe mir dafür so eine App mal runtergeladen. Wo ist sie denn? So heißt sie. Nicht, dass ich jetzt irgendwie voll das Bedürfnis habe, total abzunehmen oder so. Aber ich fand da die Übung insgesamt eigentlich mit dem Besten. Und ja, das ist eigentlich ganz cool, weil man hat halt so vier Tage Training, einen Tag Pause. Eigentlich sind es 30 Tage, aber ich mache halt immer so, wie ich Zeit habe. Einfach, um ein bisschen mehr Kraft zu haben und so. Und mir tut es gut, also deswegen mache ich das eigentlich. Ja, und deswegen werde ich das jetzt erst mal machen und dann mal schauen, wie es der Maus geht. Und wie es dann weitergeht heute, weil mehr weiß ich tatsächlich einfach noch nicht. Also, auf geht's. Dampfbeuge mit Drehung. Also, die Übersetzungen sind manchmal echt ein bisschen bescheuert. Vielleicht kann ich die auch auf Englisch einstellen. Vielleicht nicht so viel dumm Übersetzung. Das ist übrigens so ein, ja, High Intensive, weiß ich nicht, aber ein Intervalltraining auf jeden Fall. Also immer 30 Sekunden Pause nach einer Übung. Kann ich nur empfehlen. Egal, was ihr macht. Und dann kriegt man so coole Ansagen. 5, 4, 3, 2, 1, mache eine Pause. So, okay, das waren jetzt 21 Minuten Sport. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch eine kurze Pause. Es ist jetzt also 7.22 Uhr. Und ich habe schon ein bisschen was gehört aus dem Kinderzimmer. Ich werde es jetzt gleich mal wecken und mal gucken, wie es hier geht. Aber ich springe jetzt erst mal in die Dusche. Und dann mal sehen, was der Tag so bringt. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, auch noch Maus. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder aus der Dusche zurück und so. Ich habe jetzt meine Kleine geweckt und so. Und das sieht gerade nicht so rosig aus. Also, der Fuß tut hier noch ganz schön weh. Und ich mache jetzt erst mal Frühstück für uns beide. Ja, erst mal ein bisschen Obst und so. Und mal gucken, worauf sie sich jetzt einlässt, zwecks Essen. Ja, ihr kennt das ja sicherlich selber. Wenn es euch nicht so gut geht, dann hat sie auch nicht so richtig Bock, auf irgendwas zu essen. Meine Pläne für heute sind jetzt also völlig, ja, über einen Haufen geworfen worden. Und auch das passiert immer mal. Gerade mit Kind kann halt immer mal sein, dass sie halt krank ist oder irgendwas ist oder weiß der Kuckuck was. Ich meine, das kann halt immer mal sein. Deswegen, ja, ne? Restart oder so. Neue Pläne machen für den Tag. Und jetzt gibt es erst mal Obst zum Frühstück. Und mal gucken, worauf sie so Hunger hat. Mal sehen und wie es ihr dann so geht und was wir dann so machen können. Also, wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Ich bin gerade sehr gespannt selber, wie dieser Vlog heute wird. Wie der Tag heute wird. Oh Mann. Also, bis gleich. Hey. So, hier ist jetzt mal kurz Pause sozusagen. Also, meine Maus bleibt heute zu Hause, wie gesagt. Und ja, so ist das dann manchmal. Ich möchte an der Stelle gerne die Gelegenheit nutzen, um mal mit euch über ein Thema zu reden, was ich einerseits viel gefragt werde und andererseits, ja, was wirklich häufig mal so ein Thema ist. Nämlich, was machst du mit deinem Pferd, wenn du gerade nicht kannst? Also, wie wichtig ist es, in den Stall zu fahren und wie wichtig ist es, jeden Tag da zu sein oder so. Und ich habe das in dem ersten Video vom Montag schon mal ein bisschen mit angedeutet. Also, es kommt viel auf die Haltungsformen drauf an. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was viel in der Box steht, dann ist es wichtig, dass wir jeden Tag hingehen und ihm Bewegung verschaffen, eben weil Pferde nun mal Lauftiere sind. Chico jetzt nun, der steht halt 24 Stunden auf der Weide, hat da ganz viel Fläche und bewegt sich dort eigentlich so natürlich wie nur möglich und hat da eigentlich seine Bewegung, die für seinen Körper und seinen Kreislauf usw. wichtig ist. Von daher ist das bei uns nicht so schlimm, wenn ich mal nicht hinfahren kann. Trotzdem bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich eine Reitbeteiligung habe. Allein, weil ich gar nicht fünfmal die Woche rausfahren könnte oder so. Das schaffe ich rein zeitlich nicht. Dafür steht er auch zu weit weg leider. Und normalerweise bin ich ja drei- bis viermal die Woche draußen. Dieses Mal wäre eigentlich dreimal gewesen, aber sowas kommt halt leider auch mal so dazwischen, dass die Kleine eben krank wird oder dass eben irgendetwas ist. Mir kann es ja auch mal nicht gut gehen oder so. Und da bin ich gerade sehr, sehr froh, dass ich nicht kurzfristig was organisieren muss. Aber für alle, die die Pferde haben, die eben zum Beispiel in der Box stehen oder in einem Laufstall stehen oder so, aber trotzdem viel drin sind oder ähnliches, da ist es super, super wichtig, eine gute Stallgemeinschaft zu haben, wo man eben auch mal kurzfristig anrufen kann und sagen kann so, ey, kannst du vielleicht mal mit meinem Pferd eine Runde spazieren gehen oder in Roundpen oder vielleicht, wenn ihr habt, eine Führanlage oder sowas. Dafür ist das eigentlich auch immer eine gute Sache. Einfach, damit die Pferde ihre Bewegung haben. Wir Menschen können zwar bei Pferden, die jetzt in der Box stehen, das trotzdem nicht kompensieren, die Bewegung, die die eigentlich brauchen, aber immer noch viel, viel besser, als sie dann da stehen zu lassen. Von daher appelliere ich immer daran so, findet Freunde bei euch im Stall, stellt euch mit den Leuten gut und so, dass man sich gegenseitig eben helfen kann. Bei uns war es ja zum Beispiel auch so, dass ich dann auch angeboten habe, jetzt da ja der Waldbrand dort war und der Zug nicht fuhr und so, dass ich jemanden nochmal mit aus dem Stall wieder zurücknehmen kann oder mit hinfahren kann oder so, wenn der Zug weiterhin nicht fährt. Der fährt zum Glück auch. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann immer absprechen können. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das eigentlich so löst, wie es bei euch so läuft, auch was ihr für einen Stall habt. Also wir haben ja einen riesigen Stall. Bei uns ist es aber so, dass der Offenstall quasi nochmal so eine eigene Gemeinschaft ist, sag ich jetzt mal. Bei uns sind halt auch viele Freizeitreiter und so, gar nicht so viele Sportler. Und da, ja, wir helfen uns eben gegenseitig. Und ich kenne gar nicht so viele, weil ich, wie ich im ersten Video auch schon gesagt habe, so ein bisschen, ja, ich bin so ein Einzelgänger tatsächlich für mich so manchmal im Stall. Ich habe halt gerne meine Ruhe, aber ich kenne trotzdem ein paar Leute und bin eigentlich immer, ja, freundlich zu allen. So, was soll ich jemandem anderen auch irgendwie was tun oder so. Und das finde ich halt wichtig, dass man sich da nicht gegenseitig irgendwie dumm auf die Füße tritt und so. Also, ähm, letztendlich ist es halt auch so, für alle die, die sich vielleicht immer mal so denken, so, oh, na, die ist scheiße und die ist scheiße und die ist deswegen und tralala. Ähm, wenn man so eine grundlegende Einstellung gegenüber anderen Reitern erstmal auch hat, ähm, dass die eh alles Mist machen und so, habt ihr leider halt auch keinen, der dann irgendwie zu euch steht, wenn ihr mal Hilfe braucht. Also, ähm, da wäre ich auch echt vorsichtig. Also, bei manchen staune ich immer so, wie die eigentlich so durch ihren Pferdealltag kommen, weil die sich im Grunde mit jedem verscherzen. Habt ihr auch so jemanden im Stall? Ich glaube, es gibt in jedem Stall immer so jemanden, der irgendwie sich es immer mit jemandem verscherzt. Also, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Also, so Stallgemeinschaften finde ich ja prinzipiell echt eine spannende Sache. Auch einfach, ähm, psychologisch gesehen, was es so für Charaktere gibt und sowas. Ja, ansonsten, wie ich das jetzt hier löse, ist, ich habe natürlich trotzdem noch einiges zu arbeiten. Ich habe jetzt auch noch, ähm, ich muss jetzt, ähm, demnächst, also das ist jetzt, äh, halb eins, ähm, ich habe jetzt demnächst noch eine virtuelle Reitstunde sozusagen. Also, ich habe Videomaterial zugeschickt bekommen, ähm, von einer, die halt weiter weg wohnt und aber Hilfe brauchte. Ähm, und wir skypen jetzt gleich noch eine Runde. Das musste ich eben auch organisieren. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, ihr könnt mir übrigens eine E-Mail schreiben, einfach, dann können wir das gerne, wenn ihr irgendwie ein akutes Problem habt oder so, ähm, virtuelle Reitstunde einfach in den Betreff schreiben. Könnt ihr gerne machen. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was im Shop zu tun. Vielen, vielen lieben Dank für euer Interesse an diesem T-Shirt hier. Das gibt's ja jetzt gerade neu. Hui! Ähm, da werde ich jetzt das auch noch alles, ähm, ja fertig machen und an meine Druckerei schicken. Für alle, die die fragen, warum dauert das zwei bis drei Wochen an Versand, manchmal geht's auch schneller. Das liegt daran, dass diese Shirts nicht irgendwie im Lager rumliegen oder so, sondern die werden für euch, also wenn die bestellt werden, werden die frisch gedruckt. Die Druckerei hat immer zwei, ich glaube zwei Bestelltage, an denen sie dann eben bei ihrem Lieferanten für die T-Shirts, ähm, die Sachen bestellen. Die werden also dann eben auch hergestellt und so. Ja, die haben schon ein Lager, aber das ist nicht so, dass das ewig immer rumliegt und einfach produziert wird ohne Ende, sondern das kommt halt wirklich schubweise nach und dann werden die auch erst gedruckt. Das heißt also, ähm, das ist wirklich nach Bedarf, das Ganze. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Aber dieses T-Shirt hier übrigens, das habe ich jetzt schon seit über einem Jahr. Also der Entwurf, das ist alles schon eine Weile her und ich habe mir relativ schnell was drucken lassen, um zu gucken, wie es wirkt und so. Ähm, also so sieht das aus und ich habe es relativ häufig getragen, weil ich das echt gerne habe. Ähm, bin also mit der Druckqualität auch sehr zufrieden. Ähm, für alle die, die es weiter interessiert, könnt ihr gerne beim Shop vorbeigucken. Ja, und so sieht jetzt momentan so mein Alltag aus. Ich switche jetzt so ein bisschen zwischen meiner Tochter hin und her, dass wir was zusammen machen. Also wir basteln viel zusammen oder malen zusammen. Eigentlich würde ich auch gerne mit ihr rausgehen, aber das geht nicht, weil sie sich am Fuß verletzt hat. Das ist also schwierig. Ähm, wir bauen aber auch gerne so Lego und so ein Kram. Ähm, ja, oder bauen Höhlen oder so. Mal gucken, wie viel heute geht. Ähm, ja, da müssen wir sehen. Und dann mache ich zwischendurch dann immer wieder so Pausen in dem Sinne, dass ich sage, so Mäuschen, jetzt muss ich nochmal was machen. Ich muss nochmal was arbeiten, ich muss mich nochmal an den Computer setzen. So für eine halbe Stunde schaffe ich es dann meistens, dass ich dann am Stück nochmal was machen kann. Ähm, und dann machen wir wieder was zusammen. Und so sieht der Tag dann aus. Ähm, ich wollte es euch wenigstens erzählen, wie das so läuft. Filmen möchte ich das natürlich nicht. Es fragen auch einige so, ja, deine Tochter im Video. Und hm, hm, hm. Ähm, ich will sie nicht ins Internet zerren. Also es gibt ja so ein paar Aufnahmen von ihr, wo man sie aber nicht erkennt. Ähm, und deswegen gibt es von ihr nicht so viel zu sehen. Und deswegen gibt es jetzt hier von diesem Tag leider auch nicht so viel zu sehen. Aber schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr so für Stalltypen habt sozusagen. Also Menschen bei euch in der Stallgemeinschaft. Und wie ihr solche Probleme, wie ich sie jetzt gerade habe, löst, ähm, wenn ihr nicht in den Stall fahren könnt. Einfach. Und was ihr dann mit eurem Pferd macht und wie wichtig es ist, dass mit eurem Pferd dann etwas gemacht wird. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich nutze gerne die Zeit, um da wieder mit euch drüber zu schnacken. Kennt ihr ja. Und ja, damit ist dieser Vlog leider schon zu Ende. Es tut mir echt leid. Morgen wird es hoffentlich besser. Also sie läuft auch schon wieder viel besser. Vielleicht kann sie morgen in die Kita gehen. Dann kann ich morgen in den Stall fahren. Das wäre super. Ich kann sie übrigens nicht so ohne weiteres mit in den Stall nehmen, weil wir halt riesige Strecken zu laufen haben zwischendurch. Und das ist für sie halt super langweilig und anstrengend. Und das will ich ihr dann auch nicht antun. Das macht dann auch keinen Spaß. Deswegen nehme ich sie nicht mit. Und jetzt, wo der Fuß halt verletzt ist, ist es sowieso schwierig. Also für die, die es interessiert. Ja, genau. Das war es jetzt soweit. Hier findet ihr noch ein weiteres Video. Und da könnt ihr gerne noch ein Abo dalassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Die nächsten drei Tage werden auf jeden Fall spannender als dieser Tag jetzt hier. Denn wir haben am Wochenende einiges vor. Dann ist auch Dennis wieder mit dabei. Der ist übrigens gerade unterwegs. Ja, so ist das bei uns. Also dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!